Meine lieben Freunde, wir haben eine Live-Verfolgungsjagd aus Amerika, diesmal mit einem LKW, wo drauf steht, fast! Digga, mit einem LKW, eine Verfolgungsjagd ist heavy. Let's go! Amazon Same-Day-Lieferung, zu ernst genommen. Ah, es regnet. Ah, er ist auf der Highway. Ah, shit, er ist gerade genau hier. Er ist genau hier gerade. Er fährt genau hier lang gerade. Da fährt er gerade lang, shit. Oh mein Gott, er ist einfach gegen Verkehr gefahren. Ach du Scheiße. Hilfe. Die Fahrer holen er weg. Hä? Oh, oh, Alter, so überrotz. Bruder, wo sind die Cops? Was machen die? Digga, fünf Helis und kein Polizist. Da sind fünf Helikopter, aber keinen Polizisten. Ey, mach mal die Kamera sauber. Wie viel kann ein LKW maximal fahren? So 120 kmh, ne? Digga, ich sag, der kann so noch locker ein, zwei Stunden weiterfahren. Bruder, was macht der Mann? Wie will er wegkommen? Er ist jetzt ungefähr hier oben, hier, wo die Häuser sind. Er fährt aber relativ entspannt, ne? Es ist gerade 11.50 Uhr in Amerika. Wie kann man denn um 12 Uhr Mittags Bock haben, mit einem LKW einen Verfolgungsaktor haben? Aha. Er ist hier, oder? Bruder, warum fährt er da allein auf der Straße? Sind da keine anderen Menschen, Digga? Digga, kann sein, er ist vielleicht Paleto, ne? Die Kops waren schon direkt hinter dem. Und er ist im Gegenverkehr gefahren und sie konnten ihn nicht stoppen. Das ist verrückt. A stolen box truck. Lassen wir mal das so weg? Machen wir so entspannte Musik an? Und man könnte denken, der hat so ein abendlich, setzt er sich in sein LKW, denkt sich, ey, fahr nochmal ne Runde auf, chill ich einfach. Man denkt, das ist keine Verfolgungsakt. Der Bro chillt ein bisschen, fährt seine Runden, auf ganz entspannt, auf diese Lok, so auf ganz Lok, so mit Wasser, geile Aussicht, ohne Stress, ganz entspannt. Der fährt seine Runden. Der Mann wird schon fünf Helikoptern verfolgt. Fünf Helikoptern und macht sich 0,0 Stress. Oh, das ist die Firma. Das ist die Firma, von dem er das geklaut hat. Los Angeles Fast Delivery. Was ist denn das? Ah, hier ist der Manager, Digga. Dein LKW-Boot geklaut, Bro. Ah, die machen Möbel? Ah, alles mögliche. Oder du kannst da sogar Türen kaufen. Klimaanlagen. Du kannst einen fucking Pool? Hä? Was will er damit? Ist ein Baumarkt, ne? Ey! 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 Da ist der! Polizei, Mann! Oh! Oh, das war knapp. Ey! Da ist direkt ein Polizeiauto hinter ihm! Fast, der ist so ein heißes Gang. Den Kier-Jungen hoch. Digga, der fährt schneller als alle Autos da. Der fährt auf der linken Spur. Mit einem LKW. Der Motherfucker ist seit einer Stunde am Fahren. Ich gebe euch meine Theorie, Chat. Ich sage, der Motherfucker ist derjenige, der gerade fährt, weil er Promo machen will für seinen Laden. Das ist meine Theorie. Oder er hat irgendeinen bezahlt, der mit diesem Auto rumfährt, äh, mit dem LKW rumfährt für ein bisschen Promo. Haltet mich für verrückt, aber ich sage, dass das eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das passiert ist. Okay, warte mal, er hat einen anderen Skin als der Manager. Ich sage, er hat jemanden bezahlt, dass der fährt. Woah, schau an das, schau an das. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Wer, er fährt den The mich ficken? Oh mein Gott, er ist mad einfach. Oh, der versucht sein Kennzeichen. Was passiert da? Ja, der Typ ist gerade mad auf ihn, versucht irgendwelche Informationen. Aha! Wir gucken nach rechts. Oh, das ist sehr gefährlich. Er fährt rechts raus. Er hat ihn gefickt. Er hat ihn komplett gefickt. Was passiert da gerade? Er bremst ihn aus. Er bremst ihn aus. Oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Was? Einfach ein Ziegel macht den Job von der Polizei. Was passiert da gerade? Was passiert da gerade? Der kommt, bleibt da hinten. Der überlebt einfach seinen Job. Ich glaube das nicht. Guck mal, sind Karin. Oh, jetzt kann es kritisch werden. Oh, was passiert jetzt? Er bremst ihn wieder aus. Was macht er? At some point CHP's got to catch up to Mr. Tyre and pull him over to let him know what's going on, right? Yeah, now they just see he's intervening again. So now the suspect vehicle is turning off of the freeway. It looks like that is Windsor or Jans Road, but has definitely pulled off the freeway. I guess he just decided he didn't want to deal with that other box truck anymore. Oh, and then you're gonna be upset. But look at the driver on the left. That's the live picture again. Going through an intersection. Aber was ist sein Ziel? Was ist sein Ziel? Wir sind in der ganze Zeit auf der Autobahn. Aber was bringt du das? Dicker, kann der mal ge... Ey, 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 bro, wie kann der denn die ganze Zeit so fahren, bro? Bro, eine Frau im Chat. Tech markiert sie. Schreibt hold, 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 are you girl? Ich kann das nicht mehr, Bruder, bitte. Dicker, also der Mann hat wirklich keine Ops. Der Motherfucker hat wirklich keine Ops. Irgendwann muss er tanken. Glaubt ihr, das geht so lange, bis der tankt? Niemals. Seit einer Stunde 20 fährt er da rum. Aber sein Auto muss auch ein bisschen gedamaged sein. Also davon, dass der andere Typ halt vor ihm stehen geblieben ist und ihn so ausgebremst hat. Er ist ja auch vorne richtig gegen gefahren. Schon zweimal, bei dem anderen auch. Ich sag, sein Auto hat schon so minus 5 HP. Hat der gerade einer gefurzt? Ey! Der Kohl sagt, er hat gefurzt. Ich hab ein Ohr dafür. Ja! Ey, da hat einer gefurzt! Da hat einer gefurzt! Das ist doch ein Furz, oder nicht? Und dann hat er einfach einer gefurzt, währenddessen eine Verfolgungsjagd ist. Ich kann das nicht mehr. Der Braum muss doch auf Klo. Ich sag auch. Also, Digga, irgendwas ist hier gerade. Man hört auf einmal die Frau nicht mehr. Es kam ein Furz. Also, irgendwas ist hier ganz, ganz verdächtig. Ich sag euch ehrlich. Was ist da? Haben die jetzt zwei Minuten kommenta... Nein! Die haben zwei Minuten Pause für die Kommentatoren gemacht? Nein! Das ist richtig sass! Das ist jetzt richtig sass! Also, erst der Furz! Jetzt eine Pause von zwei, drei Minuten! Bruder, ich sehe nichts! Digga, das ist original meine Playstation 4 gewesen. Dieser Soundgrad ist original meine Playstation 4. Hallo! Hä? Der geht tanken, ne? Niemals ist der entkommen. Warte mal, ist irgendwer anderes live? Live Police Chase macht das immer. Niemals! Niemals ist der entkommen! Polizei ist, glaube ich, noch hinter ihm, aber Heli muss tanken. Soweit ich es richtig verstanden habe. Niemals ist der weg, Mann! Aber wir wissen beide Garvey und Sch... Bruder, was ist jetzt mit der Verfolgungsjagd? Hallo, habt ihr das vergessen? Ihr könnt es nicht sehen, aber wir fliegen tatsächlich den anderen Weg. Wir machen unseren Weg zurück zu Van Nuys. Ich mache meinen Weg zurück zu dir, baby. Oh, ja, ich soll nicht singen. Sorry, 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 sorry. Das war nicht ein Song. Ich singe nicht. Klar, das könnte das in der Karte des Landes sein. Insofern, da geht's. Lowe's, die Proz, die Proz und klar, die Konz auch. Das ist ein Dad-Joke. Bye, you guys.